Hallo Leute, hier ist wieder Bion aka Schweinsachse und ja, wir haben einen Spieler gekidnappt, getrollt, oder wie auch immer man es nennen darf. Wir haben ihn hier in die Scheine reinlaufen sehen, haben gesehen, dass er nur dürftig Equip hat und ja, es ist jetzt selbst, was mit ihm passiert. Viel Spaß. Hallo da. Wo ist denn mein Weg? Wo ist denn mein Weg? Was ist denn? Was ist denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie ist denn das für mich? Oh man. Ähm... We're pretty damn horny. So... Please take your clothes off. And go into the corner. Danke, Sir. Danke, Sir. Danke, Sir. I waited so long for this. Oh, yeah. I wanna suck on your balls. Well, Sir, you have to come with us or you will be killed. Is that okay for you? It's not just yours. Yeah, we're kind of friendly too. Like I wanna... I want a homosexual experience with you. Well, you have to follow us. Otherwise, you will die. Alright. You, Sir, have to follow us. Otherwise, you will die. And we're gonna rape you. Slowly. Slowly. In your butt, in your butt. Alright. Oh my god. Not that one comes from behind or the other. Yeah, I'm looking at it. Yeah, that's okay. Stay there or we're gonna kill you. Oh man, it's this guy. So was to say. Then I'm alive then. Alright. Hey, I see so good on chat. Alright, come with us. And... Put the hatchet away. Okay. Oh my god. Do you want to go to the woods or the woods? Yeah. Thank you, Sir. Let's go. I believe it. That's cool. Stay in our middle. Do exactly the same things as we do. And he's really happy that there's something. That's so good. We really should take this out, man. I don't know what I'm talking about. No. Oh, that's so cool. That's so great. That's so great. That's so great. That's so great. Let's go. What are you waiting for? I don't want anything in his sack, I've just looked at it. Yeah, it's good. Ich bin nicht auf. Hey, ich bin nicht auf. Hey, ich bin nicht auf. Das ist danach, wo ich wieder DC aufhören, wenn da ist, nein. 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 Wenn der gut mitmacht, könnte ich ihm eine Waffe geben und dann nicht mal mehr Platz hab. Weil ich brauch eine AKS, echt nett. Mit meinem Revolver eigentlich auch nicht. So machen wir. Wenn wir eine, meine ich, meine ich. Warte mal, nein. Warte mal, nein, 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 nein. Warte mal, nein. Warte mal, nein, nein. Warte mal, nein. in den ab Prozent Rüttel die Kippe mit Gipfel wir müssen irgendwo eine Scheine an seiner Stelle in den Austausch und der Scheiß erledigt aber er wird auf den Weg wir müssen in den Schatten scheinen für H. 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 nun das war mit der Haube Prozent Objekt der Strauch doch was für den Masken und was wird das was wir doch ein in der Brüder sind nicht mehr wenn wir gehen würde schon angeschossen die Produkte und die Begründung abgesehen wir sind doch das sind so ein bisschen zu mir das war jetzt wir nehmen sie dürfen eine kleine Scheine bis zu den Eisbünen zusammen mit ihr einsperren kleiner kommt kommt die Stufen hoch und die Stufen hoch ich gehe mal ganz hoch die Stufen die Stufen die Stufen die Stufen ja ja ich schaue mal hier raus ob ich da irgendwas sehe ja die komm what the fuck ja ja jetzt runde das wollte ich jetzt für einen scheißer die leisteste Waffe soll schießen ich schieße den nach oder auch nicht hätte lebt noch ja ok ok so um nun stelle ich mal hier hinter den Hügel den Heuhaufen und Luka gib ihm die Waffe was gib ihm die Waffe nee die AKS hat die Muni nee oh man dann gib ihm eine Pistole ok warte oder ist er hier oben mögliche Waffe nee was nur AX ich gebe ihm mein Revolver mit Muni ah ja sehr schön ok ist drin guck mal in deinen Rucksack äh warten und jetzt hast du eine Waffe in deinem Rucksack brauchst du sonst noch was? brauchst du sonst noch was? ja ja schaut mal ob er alles noch haft ja brauchst du noch was? brauchst du noch was? ja ja viel zu gütig für dieses Spiel ja 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 das ist total los aber man muss halt in der Ecke stehen da ja ja ok jetzt jüngst kommt mal hier alle rüber der kommt nach ne bleib da hinten bleib hinterm Heuhaufen Heuhaufen geh hinterm Heuhaufen geh hinterm Heuhaufen weggehen hehehe unser kleiner Sklave ok Jungs äh stellt eure Waffen auf Full Auto ja keine Full Auto und schaut zu dass ihr ihn nicht trifft aber schließt außen rum ok 3 2 1 ihn nicht treffen ok go ok go 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 warte alles klar let's go sorry kommt Jungs kommt Jungs wo bist du hin? ich bin raus schon kommt Jungs raus nach hinten ja nach hinten nach hinten seh ich nicht mehr ach nach hinten in deinen Wald ja tscholololololol ja und wie ihr gesehen habt haben wir ihm nichts angetan wir haben ihm eine Waffe gegeben und ja vielleicht haben wir ihm sogar das Leben gerettet und er weiß liegt sicher äh ja ich hoffe es hat euch gefallen und er hat vorhin noch danach noch geschrieben muss ich hier immer noch warten in der Ecke und dann haben wir gesagt nee du kannst gehen du bist frei ja total süß also dann bis zum nächsten mal ja 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 ja